Ja Musik 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 This love is your dreams, I can't be true You better believe it And I won't do anything for love Then you know it's true And that's a fact I won't do anything for love I'll never lie to you And that's a fact I can't beat this group I'll never do it pretty And I'll do it for you So long, so long And I won't do anything for love I won't do anything for you I won't do that Oh, I won't do that Wahnsinn! cool schönes ding schönes ding erzähl uns wer bist ja ich bin der jörg jörg bin 60 jahre alt und komme aus dem wunderschönen schliersee mega gut bombe richtig bombe also wirklich meatloaf kann sie verstecken was hast du gemacht über was machst du ja ich bin noch im beruf facility management bin ich objekt leiter einer meiner besten spezies dahinten der ist unser keyboard in der band und wir machen seit 32 jahren zusammen musik wie heißt die band die welt heißt v2a nicht rostender stahl wir sind alles alte säcke also geil die power die hast du 100 prozent abgeliefert richtig geiles ding super super dankeschön das klang schon sehr nah an meatloaf dran aber dann hast du diesen song so krass zu deinem gemacht weil man hört dann die leidenschaft man hört dann dass du es willst und dass du es richtig raus brüllt dass es aus dir raus kam und so da muss ich mich umdrehen weil das hat mich echt überzeugt und begeistert und das finde ich toll und ich bin sehr neugierig darauf was wir noch zusammen anstellen könnten wenn du zu mir ins team kommen würdest also auf jeden fall erstmal dankeschön dass ihr euch umgedreht habt finde ich super ich hätte alles erwartet aber das nicht und jetzt hast du den salat jetzt habe ich den salat was sind da deine wünsche wo soll es hingehen mit der karriere also ich bin eigentlich durch und durch rocker ja 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 man macht mir echt nicht leicht er kommt also sascha finde ich schon auch wirklich super ich finde ihn auch nicht aber doch 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 ja bei boss hat ist halt schon mehr rock drin es ist allerdings das country was mich so ein bisserl ja aber das ist ja du sollst ja nicht unsere musik machen wir sind in der rockwelt schon auch zu hause und wir können dir da mit sicherheit um einiges mehr geben als manch ein anderer hier in der reihe du meinst denjenigen der mit einem rocksänger die letzte staffel gewonnen hat ja komm schon ich entscheide mich jetzt undavaş auch die 11 1 leid Gott in 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 in